Echte Kamille Lateinischer Name Camomilla reputita Herkunft und Verbreitung Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeergebiet. Verbreitet ist sie heute in Europa, Nordafrika, Kleinasien und China. In Amerika und Australien wird sie auch als Kulturpflanze angebaut. Erkennungsmerkmale Die Kamille ist eine einjährige, bis zu 60 cm hohe Pflanze. Ihr Stänge ist stilrund, aufrecht und mehrfach verzweigt. Umso älter die Blüte, desto kegelförmiger wirkt sie und die weißen Zungenblüten biegen sich nach hinten weg. Anwendungsgebiete Zur äußeren Anwendung werden die Blütenstände zu ätherischen Ölen verarbeitet und zur Heilung von Wunden, Entzündungen und als Mundspülung verwendet. Die Blüten können aber auch als Teeaufguss, z.B. bei Blähungen, Magen-Darm-Beschwerden, Erkältungen, Husten, Halsschmerzen und Schnupfen Linderung bringen. Blütezeit Ihre Blütezeit beginnt Mitte Mai bis Juni und dauert bis zum September. Z.B. Das war's.